So Leute, gegrüßt euch und willkommen zu einer weiteren Parts Newer Super Mario World U, die V-Version von Super Mario World. Es geht weiter. Erstmal will ich mich dabei aufpowern, komplett ausrüsten und dann spielen wir mit der Teppel erleicht. Und wir sind schon kurz vor dem nächsten Schloss. Und zum Mario, wie immer, Holzkopf, benehm dich. Und stell dich nicht so an und mach's vernünftig. Sonst hau ich dir die Knochen aus dem Kopf. Ist das klar im Kopf? Ist das klar bei dir? Im Kopf. Ich erdauere, dass er da immer ein bisschen, warum auch immer, naja. Ja, weiter geht's, jawohl. Bitte, go! So. So, zack, zack. Ja, aber bringt ja nichts weiter, dass ich euch in den Ball. Und Yoshi bleibt hier eh nicht ein bisschen. Scheinbar noch. Und fertig geht im Spiel. Und er bleibt auch im Back, keine Ahnung. Ach, ich weiß jetzt auch nicht, Leute. Oh, ich gg. So. Und ab geht's. Und jetzt, wie gesagt Mario, benehm dich. Ich sag dir, ich hau dir die Arme ab. Oder die Füße, du kannst ja eins im Weiten aussuchen, ne. Oh Mann ey. Jetzt dauert das wieder 500.000 Jahre. Ja. 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 Ich bin mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, meine Damen und Herren. So, gucken mal. Oh oh. Oh nein. Nicht wieder das mit den Bomben. Das war da ja. Stimmt ja. Oh nein. Oh nein. In den Bomben. Oh oh oh. Oh. Ich hasse dieses Level. Ich hasse überhaupt diese Level mit Bomben. In die kann ich überhaupt. Oh. Das war ja aber knapp. Warte, was haben wir hier? Ha. Perfekt. Oh. Nur stort er. Da war ganz immer noch was Schade. Oh 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 oh. Und. Oh nein. Haben wir hier auch nochmal wieder? Scheiße. Hä? Was war das hier, der Scheißerei? Oh man, das ist doch wohl jetzt nicht wahr. Uppalander. Oh. 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 Na toll. Kann man da rein. Leute, wir haben den Level geschafft! Der taubt doch nicht, ich weiß. Das ist ja ein Ding, ey. Level geschafft! Und jetzt geht's zum Schloss. Bin ich mal gespannt, was du da ist. Oh nein! Oh nein! Ich weiß, du hast immer! Ich glaube, dass dieser Gene hier nicht auftaucht. Hä? Nein, dieser Gene scheint sie nicht zu gehen. Aber, mal gucken wir mal, ob wir uns verständig sind. Oh nein! Hä? Ah! Oh Mann! Oh Scheiße! Ah, Karambolage! Ah! Oh nein! Oh nein! Ah! Jawoll! Yey! Hat ja noch soweit ganz gut geklappt. Und wir sind jetzt auch wieder größer. Zack! Oh, die war noch. Okay, das ist doch wohl das Mindeste. So, weiter geht's meine Damen und Herren. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wieder das! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Diese Skelettenhühner oder was? Oh nein! Komm, 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 komm! Und zack! Da ist noch eine Münze. Aber ist die echt? Oder ist die nicht echt? Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Diese Münze war eine Unverschämtheit. Ah, die war echt. Oh! Das ist für eine Scheiße! Hey! Das geht ja gar nicht weit nach oben. Was soll das? Man hat ja gar nicht richtig Zeit. Ohohohohohoho! Katastrophe! Muss ich schon sagen. Zack! Zack! Das war klar, das war klar. Das war jetzt aber auch gerade ein bisschen mies. Das war jetzt aber auch ein bisschen unverschämt gewesen. Mal gucken, auf wie viele Parts sich das Schloss ist hier. Wer weiß, was der Gegner mit haben werden, wie wir den bekämpfen müssen überhaupt. Katastrophe. Wir haben jetzt diesen Checkpoint haben. Leben? Mir wäre lieber ein Pilz gewesen, dass ich groß bin. Na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, acht. Upsa. Eins und zwei, drei und drei und vier und fünf und sechs, sieben und acht und neun. Ich kann es dir mal einfach zu essen. Abkommen. Ich liebe dich. Ich liebe mich. Du ichst du alles? Ich bitte auf, wenn ich sie noch malen. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. Na, da, 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 da. Ja, na, da, 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 da! Da, 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 da! Da, 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 da! Ja, natürlich, das ist aber das richtig unverschämt! Hät weniger Zeit aber einmal. Und so, dass wir das noch hinkriegen oder was? Das ist ja ein unverschämtes Level! Sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wäre es immer mieser hier. Ich schaue natürlich laut die Münze hin. Dass man drauf geht, das ist wirklich eine Sauerei jetzt. So, jetzt sind wir beim Gegner. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da machen müssen. Oh Mann. Oh Mann. Also Leute, wir können schon mal davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich gleich wieder drauf gehen werde. Da wollen wir mal erst mal gucken, was da jetzt überhaupt der Fall ist. Moment mal. Ein Typ auf dem Ball. Ich glaube, man soll jetzt was schaffen. Ja, ich weiß schon, was wir machen müssen. Das war klar, Mario. Und wer weiß, wie man den Gegner hinbekommt. Mario war mal wieder unfähig. Naja. 37 Leben, wenn ich das richtig gesehen habe. Vor allem haben wir noch den Checkpoint. Okay, wie alt man? Nimm doch, Nimm doch. Oh Mann. Oh Mann. Warte mal. Warte mal. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Ja gut. Das ist aber auch das Mindeste, dass wir das Leben wieder zurückkriegen. Das kann jetzt wieder Spaß werden. Gabo Natara. Oh, das war knapp von mir. Das habe ich ja aber knapp von mir. Oh. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Jetzt habe ich da wieder Mist gebaut. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Ja, das war ja. Oh, das war ja. Oh, das war ja. Das war jetzt ein bisschen verrückt, was ich gerade gemacht habe. Oh Mann. Scheiße, Alter. Das springt, wenn ihr nicht reagiert. Das gibt es doch gar nicht. Mario, wenn ihr nicht sprungt, ist doch ich muss doch springen, du dämlicher Holzkopf. Oh Mann. Ich werde das nächste versuchen, weil jetzt Mario reicht zusammen, sonst zerbreche ich den Finger, also kannst du dir sogar aussuchen, welchen der und dann ja. Ja, super jetzt. So verliere ich ja nicht zu. Oh Mann, Kräderer. Oh Mann, Kräderer. Du darfst nicht zu wild werden, ne? So, aber warte langsam. Kräderer und hopp. Warte, warte, warte. Ruhig, Mario. Ruhig. Ruhig, Mario. Wir nehmen dich. Noch größer. Wo hab ich denn das denn hier heute? Und. Tag. So. Oh. Geschafft, meine Damen und Herren. Ha. Jawoll. So muss das laufen. Das heißt hier und sind wir jetzt fertig. Ja, speichern. Durch das Rohr gehen wir ein andermal. Und jetzt geht's zu oben weiter. Gut. Wunderbar. Das hat mir dann schon mal geschaut. Je. Scheiß auf aufhauen brauchen wir jetzt nicht. Hier ist eigentlich auch ein Stern. Weil irgendwie sehe ich den da gar nicht mehr. Oh, schauen wir mal jetzt. Wie viel weiter geht. Ha, ha, ha. Was ist denn das jetzt? Oh, Mann. Hör. 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 Mario. Hör auf. Mach's ordentlich. Sonst hau ich dir die Fresse wieder. Hast du verstanden? Oh, scheiß Mist ey. Oh. Oh. Hm. Ah, gut. Komm her, komm. Zack. Zack. Eins. Zwei. Drei. Nichts. Gut. Auf geht's. Boah, das war wirklich echt ein bisschen. Münze. Gut, das ist eine echte Münze war. Also wenn die jetzt einen kranken gekriegt. Oh, Deckpoint. Auch cool. Komm her. Immer gut geboren. Und hier ist glaube ich jetzt. Jawoll. Oh, was? Echt jetzt? Zum Flie? Oh, ja. Verliert aber. Vorsichtig, Mario. Verwendet sich. Oh, Mario bist da. Oh, du bist so blöd für alle. Na toll. Das so dumm darf man doch nicht sein, Freund. Kann doch nicht dein Ernst jetzt sein. Oh, nein. Das ist ja alles verschissen hier. Oh. 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 Oh, carrer. Oh. 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 Oh nein. Oh. Oh, Kerl. Und jetzt was? Oh. 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 Das Take-R guardian. Oh, ich war auf dem K Turkey. Oh. 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 Oh, dieando, die, die, die und die entlockert. wie kann man nur so dumm sein okay das ganze von neu hat alles ruiniert der dummkopf da ja wieder mal typisch hier ist anständig ja super so geschafft Da oben kann man auch so schnell Ich könnte echt die Knochen brechen Und wir sagen Leute, so werden wir weiter im nächsten Fall Danke fürs Zuschauen Aber nie meinen Kanal Gebt die Daumen hoch Und die lassen mir irgendwas in den Kommentaren Und so, fassern